einen wunderschönen da bin ich auch schon wieder euer odin und ich begrüße euch ja zu einem neuen video wir wollen den m2 ssd speicher in die ps5 einbauen bevor loslegen zeige ich euch welchen speicher und welchen kühlkörper ich gekauft habe und warum links findet ihr natürlich auch in der video beschreibung zu den produkten ich werde euch auch alle anderen ssd karten in die produkte beschreibung verlinkt also in die beschreibung verlinken damit ihr dann auswahl habt ich werde euch sagen warum ich mich für diese auswahl entschieden habe ich werde euch ein paar mehr kühlkörper verlinken ich habe mich für den sn850 von western digitale entschieden also von wd black mit zwei terabyte vier terabyte wird zu teuer gewesen und einen terabyte zu wenig und den kühlkörper von be quiet den mc1 wichtig mc1 nicht mc1 pro warum habe ich mich für western digital entschieden ich habe mich für western digital entschieden wie gesagt wir sind noch in der beta software momentan ich weiß nicht wie es ist wenn die voll software da ist aber in der beta software ist der speicher der am besten bis jetzt läuft laut einigen foren mit dem samsung wo 980 pro gibt so ein paar probleme der soll wohl nicht mit allen playstation so gut und hundertprozentig funktionieren mit überwiegenden teil funktioniert aber es gibt einige die nicht wohl damit funktionieren denke mal das wird mit der vollsoft mit der vollversion der software oder mit der nächsten beta dann auch besser sein aber deswegen habe ich mich für western digital entschieden und die quiet mc1 habe ich mich entschieden weil ich habe schon mehrere bc produkte bin mit denen sehr sehr zufrieden und der mc1 pro die nicht mc1 wird doch damit auf der webseite geeignet für ps5 beim mc1 mc1 pro ist der kühlkörper noch ein stück dicker da sind noch ein paar hiepipes drin oder wie die heißen also ein paar kupferstangen da kriegt ihr um die metallhaube nicht mehr zu wo sony sagt die muss zu ich werde euch denn beim einbau auch noch was dazu erklären und verzeigen weil viele sagen auch das reicht nicht von der wärme doch 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 das reicht für eine wärmeableitung habe ich von anfang an gesagt aber jetzt habe ich sie mal abgebaut die playstation sind mir zu viel kabel die steht sonst immer schön stabil der standfuß ist immer nicht so also wenn diese die ist ein bisschen wackelig so ich werde euch jetzt erstmal nach unten richten und dann packen wir erst mal den m2 speicher aus ich habe mir den auf raten geholt oder teuer ist steht auch noch drin kann ich jetzt nicht lesen dann haben wir hier eine anleitung die zugeklebt ist wahrscheinlich auch nicht brauchen hier haben wir dann den speicher spiegelt ein bisschen so ich werde ihn jetzt auch noch zu lassen der ist noch mit plastisch schützt hier ist der schön unten und hier ist oben jetzt wird die schraube festgeschraubt und festschrauben und das wird auch oben sein die kerbe kommt glaube ich zu mir das werden wir uns vorher noch angucken bevor ihr den anfasst und in die kühlkörper packt ein bisschen gleich nehmen hier ist gleich ein heizkörper packt da vorher an und ja nicht dass ihr dann vielleicht dadurch euren speicher kaputt macht dass ihr ein bisschen spannung im körper habt oder so so und dann kommen wir zum m2 ach quatsch mc1 die packung hochweg packen da haben wir jetzt auch noch mal eine anleitung da wäre ich dann aber auch gleich noch mal einen cut machen ich muss mir meine brille dann mal holen hier wird vernünftig erklärt ach der wird mit schrauben sogar eine seite festgeschraubt die kühlpads zeige ich euch gleich das können wir packen und wir haben dann halt zwei kühlkörper mit bei also da nicht wundern der eine kühlkörper ist hier unten der ist für oben da haben wir eine schrauben und schraubenzieher zum festschrauben und hier schrauben zum kühlkörper festmachen muss man nicht haben wir jetzt mit bei sind ach so die sind runter oder so wie es aussieht die wärmeleitpads sind hier schon festgeklebt wir brauchen halt nur das blaue abmachen und dann passt die speicher und die höhe von den kühlkörpern gibt sony vor also der speicher der muss mindestens 5500 leseschwindigkeit haben wir sind hier bei 7000 und die kühlkörper höhe man kann muss nicht nur unten und oben machen man kann unten und oben machen und da hat sony eine tabelle gemacht mit den ganzen sachen mit mit den kühlpads und so wie weit wie hoch das sein darf haben wir alle ganz genau erklärt so ich habe da noch mal eine anleitung wie sie dann zusammen gemacht wird ja ich hoffe ich setze richtig zusammen wenn wir gleich sehen ich will mir gleich erst mal meine brille und dann nehmen wir uns die playstation form wir müssen auf die unterseite war doch die unterseite war das doch glaube ich oder ja genau das laufwerk muss oben sein ich bin mal noch ein bisschen raus damit ihr das sehen könnt also wie gesagt laufwerk oben bei der die laufwerk hat oben und hier müsste der speicher drunter sein hoffe ich jetzt mal gucken wie wir das hier wieder abkriegen ne warte mal das war anders rum das war so rum von genau habe ich doch richtig gehabt ihr müsst praktisch von der dünnen seite der playstation richtung laufwerk schieben damit sich damit die nippel hier abgehen also nicht kaputt gebrochen werden aber damit das raus geschoben wird ist aber auch schon unten runter ganz schön in der kurzen zeit das hat man ja noch nicht mal ein jahr aber kurz davor und schon ganz schön dreckig da drin aber so der lüfter sieht nur sehr sauber aus ein paar haare dran sind die katzen sind ja habe ich ja hier hätte ich jetzt nicht gedacht dass es so gut aussieht sollte mache ich hier mal kurzen katzen wir holen mal so ich hole mal schnell die die brille und dann geht es weiter so ich werde euch die mal zur seite machen müssen da ist der schlitz da müssen wir jetzt erstmal ran dann nehmen wir den schraubenzieher der hier mit bei der müsste man eigentlich dafür hochgehen hat jetzt ein bisschen sehr klein doch der passt auch super also kleine schraubenzieher habe ich hier nicht hatte ich mal ja aber tochter braucht also für ein spielzeug so die muss dann wieder rauf das ist sehr sehr wichtig jetzt weiß ich ob die kleinen dick wird ich werde mal ich will euch nämlich unbedingt noch mal zeigen ich werde mal die playstation ein bisschen schräg machen muss die dann ein bisschen festhalten dass ich euch das zeigen kann ich hoffe das klappt jetzt so ein bisschen weil viele haben immer bedenken gehabt ja das ist ja gar nicht die airflow ist ja gar nicht gegeben und der speicher der wird ziemlich heiß und und hast du nicht gesehen wir haben hier minimal plastik hier oben ist hier links und rechts ist eine lücke hier sind sind metall und auch hier an der seite ist komplett metall zum abführen der wärme hier haben wir denn die schrauben für die verschiedenen größen der ssd karte gibt ja halt kleinere größere längere und auch hier hinten haben wir wo haben wir denn die lücke hier an der seite irgendwo waren auch ein paar lücken aber sonst praktisch ich war ich kann schon verstehen warum sony sagt die platte muss drauf einmal keine ahnung was jetzt hat haben wir hier komplett die ganze seite hier ist es ja teilweise magnetisch also jetzt nicht so stark dass es eine schraube hält aber wenn ich mit dem schraubenzieher lang gehe merke ich schon ein bisschen magnetisch sowas haben wir hier einmal komplett metall von hier unten bis hier oben und auch auf der seite hier mit teil hier mit teil komplett und wenn wir dann die klappe dann natürlich drauf machen dann schließt sich der kreislauf dann haben wir praktisch an der seiten und oben metall dadurch kann das halt hier schön die wärme ableiten nach hier hier haben wir schon den den lüfter und hier kann es dann auch noch durchgehen weil wir haben wir hier ein paar offene stellen damit dann hier schön zirkulieren kann ich denke mal das hat sich sony schon gut überlegt sonst werden ja schon einige ssd abgeraucht und deswegen denke ich mal hat sony auch gesagt dass der dass die klappe oben wieder drauf muss sucht also ich denke man das ist schon mit absicht gemacht für die bessere kühlung ich werde euch das mal versuchen auch noch etwas genauer zu zeigen hat das mal so als erstes hier seht ihr die einzelnen metall elemente und oben und dann auf der anderen seite jetzt wollen wir gucken wo ich hier bin so da auf der anderen seite haben wir den eimer komplett seht ihr das ja und die anderen haben gesagt halt mit den offenen stellen ich habe eben hoch gesehen aber nö ist komplett zu da ist nichts doch eine seite wo der lange metall körper ist oben und unten ist ein bisschen frei zwischen den einzelnen metall körper an einer seite ist frei unten unter dem slot ist links und rechts ein bisschen frei oben nicht und oben ist zu aber komplett metall auch wie wir sehen auch ich hoffe das kann man in künftes könnte sehen hier oben da wo die schraube ist haben wir hier auch metall also das grüne ist nicht nur plastik also das komplett mit in metall um die metall umgeben so jetzt müssen wir erstmal ich mache ich mache die mal wieder so zur seite dass er vielleicht ein bisschen mehr sehen könnt was ich hier mache ich gehe jetzt erstmal und schraub hier die schraube raus die abstand also die schraube zum festschrauben hier rund mache die ist aber fest drin moment moment und moment 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 also erst mal den schraubenzieher geht nicht also den hat das schon rund gekriegt den schraubtier also das ging kreuzer auch herrott sagt dann muss ich mir noch einen kleinen schraubtier holen in kontrolle machen weil meine kleinen schraubtier alle weg sind der geht der geht die eigentlich hier drin das ist ja wieder nicht weil da ist so da müsste jetzt nämlich aufpassen das ist nicht nur die schraube die aus der playstation entfernt nicht nur die schraube wenn sie einmal einpegeln würde egal nicht nur die schraube da ist auch ein so ein kleines ich mache das mal auf den schraubtier so ein kleiner metallkreis seht ihr das da muss darauf aufpassen der darf nicht abhanden kommen der ist wichtig zum festschrauben der s2 rsd so nehmen wir uns die sd jetzt kühlkörper und so rum kommt die praktisch reingesteckt praktisch ja also die schrift nach oben unten ist nichts abstand sollte eigentlich okay sein ich wollte es eigentlich jetzt nicht gleich festkleben aber wir haben ja die abstand schraube hier drin also die 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 kerbe also sollte das eigentlich daumen drücken gut gehen wenn ich die rein klebe die wird reingeklebt da sind so wärme pads thermal pads sind da drauf auf dem kühlkörper um die wärme abzuleiten also besser zum kühlkörper zu leiten jetzt muss man gucken ist das jetzt egal wie rum ich glaube das ist egal so und dann haben wir die jetzt so zusammengebaut jetzt müssen wir natürlich noch die vier schrauben zu schrauben nehmen damit sich da nichts lösen ist die sind auch beim speicher mit bei die sind hier dann zeigt euch noch mal da an der seite in seinem klären loch 1234 wo sie sind irgendwo muss man aber aufpassen da sind wirklich nur vier schrauben drinnen nicht mal in der satz schraube ist mit bei also da war wie quiet schon mal großzügiger muss ich mal sagen gut ist das deshalb klebe pad ist und ich möchte euch mal nach unten damit die schrauben da schön wenn er das einmal umdreht und da ist die schrauben dann schön auf dem kleber kleben ein stück raus noch ja hier sind jetzt die schrauben drauf die kleben dann halt hier auf dem klebe pad und jetzt sind wir uns den schraubenzieher und schrauben die erste schraube zu aber nicht fest nur zu bis es bis man merkt es geht nicht weiter man müsste anziehen anziehen wollen wir noch nicht hier unten ist die hier nochmal über kreuz es ist von damals noch drin bei playstation mit festplatten einbauen und beim pc die schrauben immer über kreuz an die festplatte ran machen nicht festziehen erst mal alle nur rein machen geht auch ganz leicht geht daher hier geht gerade oder beziehungsweise jetzt gerade gar nicht so jetzt aber jetzt mal vorne so und jetzt geht schon nicht mehr jetzt müsste man festziehen wollen wir noch nicht es kommt die letzte schraube dran ich hätte auch gerne den von e dampf und blue geholt den kühlkörper aber der war nicht mehr lieferbar auf lange sicht und den habe ich jetzt auch nur durch glück woanders noch bekommen blut mir da geholfen und dann konnte ich dann über paper ratenzahlung machen er ziehen wir das fest einmal auch passend nicht dass es denn gar nicht mehr abgeht er schraubt hier ist ein bisschen magnetisch haltet gefühl wurde doch fest jetzt verabschiedet der schraubentier sich schon langsam im festschraub so toll so jetzt aber jetzt haben wir alle schrauben festgeschraubt natürlich könnt ihr den es in 2 speicher da später auch rausnehmen wenn jetzt in terabyte nimmt und dann auf 2 terabyte erweitern wollt oder so das ist alles kein problem dann müsste ich aber den für oben und neue kühlpäts holen die sind dann natürlich am körper am sd körper dran also das war ja von der alu platte jetzt habe ich gerade überlegt ja so ich werde mal so machen damit ihr vielleicht von der seite ein bisschen mehr seht wie ich das jetzt einsetzen werde und zwar ist hier das kleine stück hier ist dann das große wir setzen die jetzt einfach hier so schräg ein so die fällt dann automatisch schon stück nach unten nochmal gucken ob sie schön dran ist ja und dann müssen wir uns erstmal auch vergessen bei 80 bei 80 diese diesen metall abstand machen damit die nicht so weit runter kommt so und auch für die schraube seht ihr nicht ich hoffe ihr könnt ihr nicht sehen ich werde das mal ein bisschen kippen praktisch da muss diese metall schraube diese kleiner dieser kleine metall ring seit gerade ein bisschen doof kann ich noch weiter so praktisch da müsst ihr bei 80 reinsetzen aber dann hinter euch die schraube noch mal drücken so und schraubt ihr jetzt einfach hier fest aber denkt dran nach fest kommt ab nicht zu fest an fest reicht so hand fest richtig aus und dann nehmen wir uns unsere klappe machen die hier oben drauf und schließen damit den kühlkreis wenn man so möchte ich denke mal das ist so ihr wollt ach ist ja geil jetzt fällt mir gerade erst auf das fällt mir gerade erst auf kennt ihr noch die playstation die berühmte playstation schraube auf der ps3 und ps4 weil die ps3 hat seine andere farbe gehabt ach scheiße ich glaube ihr seht das jetzt nicht wartet mal ich mach mal ich mach mal so schade ich krieg das nicht doch jetzt ich hoffe ihr seht das ich gucke gerade ein bisschen schräg auf die schraube wir haben die alte playstation schraube immer noch das ist eine schraube für die festplatte beziehungsweise ps3 und ps4 war sie für den festplatten schlitz gedacht also für laufwerk wo also diesen schlitten schlitten nicht schlitten gedacht der hat die den schlitten festgehalten die schraube bei der ps3 war sie blau bei der ps4 dann schon normal farben und da haben wir praktisch die playstation symbole auf dieser schraube drauf das ist ja geil also deswegen ein ein gimmick was übernommen haben ich finde sehr sehr schade so wenig übernehmen aus alten von den alten modellen und ich meine jetzt nicht die kompatibilität ich meine zum beispiel ich mache eine schnelle zu dann kann ich euch mal was zeigen also dann wieder darauf nach vorne drücken ich meine jetzt zum beispiel dann kommt so raus so wenn wir jetzt die playstation hier jetzt sehen hier unten wo die knöpfe sind also nicht jetzt beim laufwerk direkt sowie damals aber hier unten wo die knöpfe sind da was bringt was hätte was spricht denn dagegen wenn man da noch ein playstation logo hingemacht hätte mit dem gimmick der playstation 2 das wenn man hochkant hat muss ja muss ja auch nicht farbig sein wenn sie nicht wollen wenn sind ja auch silbern lassen damit er zum stil passt oder so oder weiß ja und dann da ein playstation zeichen playstation logo und wenn man sie hinlegt dass man mit dem daumen festhalten und dann kann man drehen sowie der ps2 wenn man es hinlegt kann man das logo auch drehen wie geil wäre das denn und ich meine jetzt nur als gimmick ja der eine magst du nicht aber also ich finde ich finde es als gimmick geil so ich werde jetzt gleich den akku tauschen die kamera umbauen und dann sehen wir uns gleich am fernsehen oder vor dem fernsehen zum anschließen und gucken ob sie kompatibel ist ob alles richtig gelaufen ist der weg die spiele verschieben so wir sind jetzt vom fernsehen müssen jetzt die playstation wieder auf dem stand fuß machen und erst mal die ganzen kabelei wieder hinten befestigen und mit diesem fucking stand fuß das ist also dieser stand fuß ist echt eine sehr sehr nervige angelegenheit muss ich mal sagen wenn sie hochkant steht kein problem aber man wenn sie hinlegt dann ist ich muss erst mal die kabelei wieder festmachen was haben wir denn hier alles das ist der lan kabel ach so das ist der usb kabel für die externe festplatte das ist der usb kabel für die playstation kamera dann aber den hdmi kabel 8k fähig und den stromkabel und hinten ist alles belegt jetzt müssen wir sie vorsichtig hinstellen damit sie auf dem stand fuß schön drauf steht schon habe ich so ein bisschen verschoben ich habe hier so ein led stand fuß gott ist das eine fribel arbeit so jetzt super und schon steht sie jetzt bin ich gespannt wie ein flitze bogen wir brauchen controller ich habe auch schon auf den ok ist ausgang auf die richtige quelle gemacht ich werde euch noch ein stück nach oben machen damit er den fernseher besser sehen könnt jetzt schalten wir die playstation ein es kommt ein signal jetzt kommt das playstation logo so um die m2 zu verwenden musst du sie formatieren ist klar kennen wir von den festplatten ja auch wenn wenn du die m2 formatiert werden alle darauf vorhandenen daten gelöscht also falls er vorher im pc drin war wenn du die ps5 weiter verwenden möchtest ohne m2 zu formatieren schalte deine playstation 5 aus entferne den m2 speicher beachte dass gespeicherte daten screenshots videos videoclips nicht im m2 speicher gespeichert werden können ja das kennen wir von festplatten auch so da werden dann halt die würden nur als erweiterte speicher für spiele genutzt dass wir da spiele drauf spielen können oder speichern können weil der interne speicher ziemlich knapp ist und dann haben wir den internen speicher jetzt komplett frei für safe games screenshots trophäen videos und wir können sie ja mal ein ps4 spiel drauf machen um halt davon zu profitieren damit es so schnell ist so m2 formatieren ist auf der rechten seite ich bin mal gespannt was da steht für eine schwindigkeit 100 prozent lese geschwindigkeit 6130,363 aber das weiß ich von anderen schon das hat nicht viel zu bedeuten weil die haben es drei viermal hintereinander macht mit dem mit der gleichen ssd ausgebaut eingebaut ausgebaut eingebaut ja kam immer ein anderer wert raus so deine m2 wurde formatiert zum ändern des installations standortes spiele bla bla einstellungen ja da gehen wir jetzt gleich hin das kann ich euch zeigen so wie gesagt ich habe noch die beta software karte weg jetzt hier von der tüte so wir gehen oben auf die zahnrad auf einstellungen hat und dann gehen wir auf speicher dann gehen wir auf installation ort also ganz unten und hier haben wir jetzt ja jetzt ist nämlich umgesprungen genau ps4 also spiele und apps apps könnt ihr auch auf die externe usb machen also wenn ihr eine usb angeschlossen habt oder auf den internen speicher das ist euch überlassen ps5 spiele haben wir jetzt auch können wir jetzt anklicken und wir möchten gerne von konsolenspeicher zu m2 wechseln so und dann ist der hauptstandort m2 so und dann zeige ich euch jetzt noch einen kleinen trick wenn ihr zum beispiel jetzt eine externe platte angeschlossen habt so wie ich eine usb festplatte geht ihr auf bibliothek deine sammlung oder bei installiert müsst ihr uns das ja auch anzeigen ich gucke nochmal schnell nach hier fehlen die symbole müssen auf deine sammlung so zombie zb zombie army ist installiert auf der ach ne das ps4 wir müssen erstmal sortieren moment quelle plattform ps5 so äh genau jetzt müssen wir noch mal kurz ein ps5 spiel suchen was auf der externen platte ist da habe ich oben so ein usb speicher symbol da geht er einfach drauf und sagt guck mal kurz so und dann wird das spiel kopiert auf die interne platte und positiv wir können trotzdem noch jetzt gerade während das im hintergrund läuft und guck mal wie schnell das gerade läuft das ist sehr gut könnt ihr trotzdem noch jetzt ein spiel starten und spielen ja also ich empfehle euch das wenn ihr das auf dem usb speicher viele tappt so wie ich jetzt jetzt den 2 kann ich nur das nächste machen kopieren bumm also wird es halt in den internen speicher kopiert und ich kann trotzdem noch weiter spielen manita könnte ich jetzt auch machen manita war nicht so groß mit manita werde ich wahrscheinlich den speicher test mal machen wie lange das dauert von usb auf interne und dann von intern auf externe und so und so könnt ihr denn hier einfach alle durchgehen wenn ihr Bock mehr habt geht er halt auf irgendein spiel startet ein spiel und fertig ist seid auf der sicheren seite da und schon ist er bereit und ich kann euch das nochmal zeigen wenn wir auf speicher gehen der m2 da ist das spiel jetzt auch drauf wir gehen auf spiel und apps wir haben ein 2 drauf und wir haben A black quartals drauf ziemlich schnell ich bin ja also es ist meine persönliche ist aber auch nur wie wirklich nur meine persönliche meinung und empfindung dass es von einer langsam also langsam nicht eine usb 3 festplatte in den internen speicher länger gedauert hat mit dem normalen also dass ich dann einfach sage hier wo willst du hin und drüber mit dem kopieren ich weiß jetzt nicht ob es am kopieren liegt oder an diesem an der neuen ssd das werden wir testen da mache ich ein separates video zu würde ich sagen so dann würde ich sagen dann wartet jetzt ich hoffe ich konnte euch helfen wenn ihr noch fragen habt in die kommentare posten ich würde mich über ein däumchen freuen wir sehen uns im nächsten video bis dahin Ahoi sagt euer Odin wanté Odin Otin oké no